Das war Madonna mit This Used To Be My Playground. Jetzt geht's weiter mit Metallica. 1991 erschien ihr Mega-Album, das einfach nur Metallica hieß, schwarz war und deswegen das Black-Album hieß. Man hat es ja gar nicht vorstellen können, dass Metallica jemals kommerziell erfolgreich sein würden, wenn man sich so Sachen wie Master of Puppets oder sogar noch Injustice for All angehört hat oder Ride the Lightning oder Kill Em All, alles Klassiker, die jeder Metaller im Eichenstrang stehen haben muss. Nichtsdestotrotz, da hat keiner voraussehen können, dass die mal eine der größten Rockbands des Planeten werden. Und das kam in erster Linie durch das schwarze Album und insbesondere durch die Ballade, die darauf enthalten war und dann natürlich auch irgendwann ausgekoppelt wurde. Nothing Else Matters. Hier sind Metallica.